Hi, ich bin Micha von Finland Club und wie ihr ja sicher schon gesehen habt, bin ich ab und zu mal mit Veko unterwegs, so auch heute. Wir fahren von Lachti in Richtung Süd-Karelien. Ich verfolge ihn ab und zu ein bisschen, nehme die Fahrt ein bisschen auf und euch wünsche ich viel Spaß. Bis später. Ciao, ciao. Bis später. 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 réussis jon knack, Musik 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 Music Musik Musik Music Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Ja, das war Veko in Aktion. Ja, wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal wieder rein. Es gibt immer mal wieder ein neues Video auf diesem Kanal. Liebe Grüße, alles Gute und ciao.